Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Lethan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Guide. Heute wird es um die neue Incursion, Lost Signal gehen oder auf Deutsch gestohlene Signal und ich werde euch in diesem Guide zeigen, wie ihr die Instanz auf Heroisch meistern könnt. Dafür werde ich jeweils Abschnitt für Abschnitt genau erklären, werde euch die Strategie näher bringen und im Anschluss danach werde ich euch nochmal Gameplay-Material zeigen, damit ihr euch das Ganze nochmal in Action etwas besser vorstellen könnt. Jetzt würde ich sagen, legen wir los direkt mit dem ersten Abschnitt. Das erste Studio, das wir uns genauer anschauen werden, ist Studio 1 und wenn ihr hier durch die Tür durch seid, dann findet ihr hier am Boden einen Koffer und das heißt, einer eurer Teammates wird diesen Koffer aufnehmen, während der Tank sich hier vorne an der Tür platziert und gemeinsam mit den restlichen Teammates und dem Kofferträger in diese Richtung geht. Hier vorne, ich laufe mal ein Stückchen vor und zeige euch das, hier vorne sind Geschütze und zwar zwei Stück und nicht allein die Geschütze sind gefährlich, sondern hier gibt es auch noch einen Gegner, der steht hier hinten dran und schießt auf euch. Während ihr unterwegs seid, kann der Heiler auf jeden Fall unterwegs mal so einen Heilkreis hinlegen, denn da läuft dann auf jeden Fall der Tank und die restlichen Teammates durch. Wenn es hier um die Ecke geht, dann empfehle ich dem Heiler hier nach vorne zu brechen und hier seinen Koffer aufzustellen. Ich mache das mal und zeige ganz kurz an der Stelle noch was. Hier sind wieder Geschütze, ihr seht hier wieder zwei Geschütze, die schießen natürlich auch wieder auf eure Teammates, die von der Richtung kommen. Ich empfehle aber hier auf jeden Fall ein Päuschen einzulegen, denn es kommen jetzt noch weitere Gegner, die kommen auf euch zugestürmt, also Shotgunner und dergleichen und der Firecraster, der kann hier natürlich auch sein Geschütz ablegen, um hier ein bisschen Crowd Control zu wirken. Gehen wir mal weiter, schauen wir uns das Ganze an, wenn ihr hier an der Ecke seid, dann, ihr seht es, hier hinten haben wir schon hingeballert, denn hier hinten sind auch nochmal Gegner und dann müsst ihr hier um die Ecke und ihr seht, hier sind nochmal zwei weitere Geschütze, das heißt, der Tank muss auf jeden Fall schauen, dass er sich hier entsprechend positioniert und dann rückwärts läuft, um hier das abzufangen, denn anders ist das nicht möglich und einer der Spieler prescht normalerweise nach vorne und öffnet hier die Tür, bei uns ist das meistens Mark, also sprich der Supporter, der öffnet hier die Tür und der Heiler kann sich dann hier wieder positionieren, kann hier wieder seinen Heal hinpacken, kann auch gerne seinen Koffer, wenn der Cooldown rum ist, hinpacken und wenn dann der Kofferträger und der Tank hier letzten Endes reingekommen sind, es kommt dann auch nochmal ein Gegner im Übrigen hier aus der Tür raus, das werdet ihr auch sicherlich gleich nochmal im Gameplay sehen und den müsst ihr natürlich zur Strecke bringen und der Kofferträger, der muss dann hier in diesen Schaltschrank seine Box reinpacken und dann habt ihr den Abschnitt schon mal hinter euch gebracht. Ich werde euch jetzt an der Stelle Gameplay-Material einspielen, damit ihr euch das Ganze ein bisschen besser vorstellen könnt. Wie ihr sehen könnt, laufen wir den Gang entsprechend meiner Erklärung entlang und Donnie blockt nach vorne und ich hatte hier gerade eine Heilung auf dem Boden gewirkt, damit wir auch alle nochmal ein bisschen Schutz bekommen. Den Gegner zwischen den Geschützen müsst ihr im Übrigen nicht unbedingt downschießen und wenn wir hier ums Eck rum sind, dann presche ich eben nach vorne, packe hier meinen Koffer rein und wir bekämpfen die Gegner, bis es entsprechend weitergeht. Wenn wir hier an der Stelle den letzten Gegner zur Strecke gebracht haben, dann ist es am besten, wenn der Heiler nochmal kurz eine Heilung raushaut. Es laufen alle durch die Heilung durch und Donnie, der blockt im Moment die Geschütze. Marc, seht ihr, läuft schon zur Tür und ich schaue mir das Ganze an. Ihr seht, Donnie läuft rückwärts. Jetzt kommt hier nochmal ein Gegner aus der Tür, hatte ich eben ja schon erklärt. Den muss man natürlich zur Strecke bringen und Marc hat ja zwischenseitlich die Tür aufgemacht. Libby kann direkt durchlaufen zum Schaltschrank, seine Box reinpacken und damit habt ihr hier diesen Gang auch überstanden. Wenn ihr hier durch die Tür durchgeht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall hier nach links zu gehen und zwar hinter diesen Schreibtisch. Da könnt ihr euch platzieren und der Medic kann seinen Koffer hier platzieren und ich werde euch hier jetzt gleich mal eine Szene einspielen, denn mein Team und ich haben euch hier das extra nochmal aufgenommen, um euch vernünftig zu zeigen, wie man sich hier am besten platziert. Um das Ganze zu verdeutlichen, haben wir hier nochmal die Szene nachgestellt, wo wir den Raum betreten. Ihr seht, wir nehmen hinten an dem Schreibtisch Platz und ich werde jetzt mal aufstehen, werde euch das Ganze nochmal hier aus der Perspektive zeigen, damit ihr genau seht, wo wir denn stehen und wo denn auch der Tank sich hauptsächlich aufhält. Sprich, der hält sich immer rechts von uns auf, versucht vorne die Gegner abzufangen, aber eben auch von hinten. Ich als Heiler selbst kann meine Box hier wunderbar hinstellen, da hat es auf jeden Fall eine Range, die groß genug ist und der Firecrestor, der kann seinen Turm oben auf den Schreibtisch draufstellen und damit ist man eigentlich ganz gut aufgestellt. Ihr seid ja zwischenzeitlich hier hinter diesem Schreibtisch in Deckung gegangen und es werden dann von hier oben Gegner kommen und auch von der Seite werden Gegner kommen. Unter anderem ist es auch so, dass der Boss hier oben sein wird und auch auf der Seite, das heißt, er wird so hin und her laufen und dann macht es einfach Sinn, dass der Firecrestor seine Sniper auspackt und maximalen Schaden auf den Boss macht. Das heißt, im Großen und Ganzen konzentriert sich bei uns der Sniper auch wirklich auf den Boss, außer es ist vonnöten, dass wir hier etwas mehr Druck auf die Mobs bekommen, denn es ist auch so, dass weiter noch Mobs hier aus der Tür kommen und hier gegenüber gibt es nochmal eine Tür und zwar hier und die Geisel, die sitzt ja hier hinten hinter dem Schreibtisch in Deckung und es kommen dann noch Shotgunner und diese Shotgunner sind auf jeden Fall Ziele, die möglichst schnell ausgeschaltet werden müssen, denn die Shotgunner beschießen die Geisel und wenn die es schaffen, zwei, drei, vier Mal auf die Geisel zu schießen, dann habt ihr hier keinen Erfolg, dann wird die Geisel sterben und ihr könnt das Ganze von vorne anfangen. Gut, dann würde ich sagen, packe ich euch jetzt an der Stelle nochmal Gameplay-Material rein und ihr könnt euch das Ganze in Action anschauen. Wie ihr sehen könnt, stürmen wir gleich auf den Schreibtisch zu und platzieren uns dahinter, wie ich es euch eben erklärt habe. Ich packe hier gleich meine Heilbox raus, um den Teammates möglichst viel Heilung zukommen zu lassen und wenn wir hier den Dicken niedergemäht haben, dann werden wir schauen, dass wir die Situation hier richtig schön in Ruhe runterspielen, die Gegner ausschalten und auf den Boss oben entsprechend warten, um den dann niederzustrecken. Wie ihr gleich sehen werdet, kommt neben der Minimap eine Anzeige für den Shotgunner und zwar hat man ein paar Sekunden, da ist die Anzeige, um den Shotgunner dann entsprechend niederzuschießen. Der kommt jetzt hier aus der linken Tür und wir fokussen ihn direkt und bringen ihn zur Strecke. Zwischenzeitlich ist auch der Boss erschienen und greift hier ins Kampfgeschehen ein. Libby packt seine Sniper aus und beschießt ihn direkt. Ich helfe ein bisschen nach, um noch ein bisschen mehr Schaden auf den Boss zu bekommen, um ihn dann eben möglichst schnell zur Strecke zu bringen. Und weiter geht's mit Studio 2. Wenn ihr hier durch die Tür durch seid, dann ist hier ein Gang und hier vorne ist ein Café und da warten die ersten Gegner auf euch. Ist jetzt keine spezielle Taktik vonnöten. Man kann hier hinten ganz gut Schutz suchen. Und wenn ihr hier vorne die Gegner weg habt, dann kommt von hier nochmal eine Welle. Solche Heavies und Shotgunner und dergleichen ist also nichts Besonderes. Dann geht's aber hier ins Studio direkt hinein. Und wenn ihr dieses Studio betretet, dann empfehle ich euch gleich hier straight in die Richtung zu laufen. Und hier sollte der Medic sitzen. Der packt dann wiederum seinen Koffer hier an die Position. Und die anderen, die stellen sich hier vorne auf. Damit ihr euch das Ganze besser vorstellen könnt, habe ich mein Team nochmal gebeten, euch das entsprechend zu zeigen, wie die sich hier aufstellen. Das gucken wir uns jetzt kurz an. Ihr seht, wir gehen sofort in unsere Position. Ich als Heiler setze mich hier auf die linke Seite, werfe meine Heilbox und Marc platziert seine mobile Deckung. Und damit gehen dann eben auch die beiden hier entsprechend in Deckung. Und Donnie, dem Tank, dem kommt hier in diesem Kampf eine besondere Rolle zu. Denn der muss schauen, dass er die Agro vom Boss sofort übernimmt. Denn der Boss wirft Granaten und würde der hier uns drei in unserer Safe-Position treffen, dann würden wir das nicht lange überleben. Das heißt, der Tank muss auf jeden Fall schauen, dass er entsprechend die Agro übernimmt. Des Weiteren ist es so, dass auch der Heavy, der hier kommt, Granaten wirft. Und es gibt noch ein weiterer Grenadier, der hier Granaten wirft. Das heißt, der Tank ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, um seine Teammates hier entsprechend zu schützen. Ich möchte euch ganz gern hier oben auf der Bühne noch was zeigen. Und zwar, wo der Firecraster am besten seinen Turm hin platziert. Und zwar hier auf der linken Seite oben bei dem Träger. Da kann er den Turm hinstellen, denn da wird er von dem Dicken nicht zerstört. Und der Turm kann in einem sehr weiten Umfeld entsprechend sein Feuer wirken. Wenn ihr jetzt hier an der Position Schutz gesucht habt, dann möchte ich hier noch das ein oder andere zu dem Raum erklären. Ich werde ganz kurz nochmal hier hingehen, meine Box hier aufstellen. Für den Heiler hier ist die Position wirklich das Beste, denn man ist auf jeden Fall nach links geschützt. Denn hier vorne werden auf jeden Fall Gegner kommen. Und hier oben wird auch ein Sniper kommen. Das heißt, dass man hier als Heiler wirklich gut positioniert ist. Als nächstes, ihr seht, ich stehe immer noch hier direkt oben drauf auf diesem kleinen Absatz. Und dieser kleine Absatz, der bewirkt wirklich Gutes. Denn hier überall ist es nass. Und ihr seht, hier sprühen auch schon die Funken. Und überall, wo es nass ist, wo das Wasser so spritzt, da bekommt man einen elektrischen Schlag von Zeit zu Zeit. Aber hier oben drauf, ihr seht, hier spritzt kein Wasser. Und hier ist man eben vor diesem Schockschaden geschützt, während der Tank hier an der Position, wie eben gezeigt, stehen muss. Der steht aber weiterhin im Bereich des Heilkreises von der Box. Und deswegen ist der Reclaimer auch wirklich eine gute Wahl. Denn zum einen reduziert er ja die Cooldown-Zeiten der Teammates. Er sorgt für Munition und er sorgt eben auch dafür, dass der Tank eben immun ist gegen solche Statuseffekte, wie eben diesen Schockschaden. Sollte eure Box auslaufen, müsste der Tank kurzzeitig hier oben drauf, um dann nicht geschockt zu werden. Aber das ist auch wirklich nur in Ausnahmesituationen so. Sollte bei euch der Kampf etwas länger dauern, kann es schon sein, dass die Box ausläuft. Also wäre es für den Tank auf jeden Fall hier auch eine safe Position. Dann kommen wir mal zu den Gegnern. Wie gesagt, hier auf der linken Seite kommen Gegner. Es kommen hier oben Sniper und hier drüben kommen auch Gegner. Es kommen hier vorne Gegner und es kommt ein Heavy. Und der Heavy, der kommt immer aus dieser Richtung und der ist auf jeden Fall von allen aus der Gruppe zu fokussen. Denn die Geisel, die hängt ja hier runter. Und wenn der Heavy nicht schnell genug down gemacht wird, dann tötet der die Geisel und ihr könnt das Ganze von vorne anfangen. Bei uns ist wieder Libby derjenige, der den Boss beschießen wird. Denn der Boss, der wird sich hier oben befinden und auch der muss so schnell wie möglich, wie quasi schon in Studio 1, ausgeschaltet werden. Und das Ganze macht man natürlich auch wieder am besten mit einer Sniper. Hier ist es auch von Vorteil, wenn man beispielsweise Brandgranaten hochwerfen kann oder dergleichen. Ein Damage-T ist zum Beispiel auch an der Stelle keine verkehrte Sache. Also sprich, der Damage-Ulti, da könnt ihr dann entsprechend nochmal rausbursten. Hier sowohl auf den dicken wie eventuell auch auf den Boss hier oben ist auf jeden Fall ein schickes Ding. Jetzt werde ich euch nochmal Gameplay-Material einspielen, damit ihr euch das Ganze etwas besser vorstellen könnt. Ihr seht hier im Hintergrund ist der Boss, auf den schieße ich eben im Moment und wir werden höchstwahrscheinlich, jetzt haben wir einen T gezündet und zwar einen Damage-T, denn wir fokussen jetzt direkt den dicken weg, damit er möglichst schnell fällt und machen dann nochmal Schaden weiter hier auf den Boss. Das hat leider nicht ganz gereicht, der geht nochmal in Deckung und wir haben hier nochmal einen Heavy, den wir auch wieder entsprechend fokussen und um den möglichst schnell auch zur Strecke zu bringen, damit wir dann weiterhin Schaden auf den Boss machen können. Der müsste jetzt eigentlich jeden Moment im Dreck liegen und wenn wir das geschafft haben, jetzt ist es soweit, dezimieren wir hier noch die restlichen Mobs und haben es dann entsprechend geschafft. Kommen wir zu Studio 3. Wenn er hier durch die Tür durchgeht, dann ist hier so eine Art Filmset aufgebaut und hier bei diesem Restaurant, da läuft ihr am besten nach hinten und der Heiler, der kann seine Box hier oben auf die Kamera drauf platzieren. Und warum sollte der das tun? Ganz einfach, hier gibt es Heavis und die Heavis, die zertreten ja ganz gern mal so eine Heilbox. Von daher ist die hier ganz gut aufgehoben. Dann ist es so, dass der Firecraster hier am besten seinen Turm oben drauf stellt, denn das hat den Vorteil, dass er zum einen dann nach vorne wirken kann, der Turm, und zum anderen aber auch nach hier hinten, denn es ist so, dass hier von Zeit zu Zeit ein Heavy kommt und der versucht an diese Bombe ranzukommen, um die zu aktivieren und das heißt, ihr müsst auf jeden Fall schauen, dass ihr den Heavy hier so schnell wie möglich ausschaltet und von daher ist es auch gut, dass der Turm entsprechend hier mit auf den Heavy wirken kann. Als nächstes ist es so, der Firecraster-Spieler, der ist wieder hier der Sniper und der muss schauen, dass er den Boss, der dann hier oben sein wird, beschießt und hier hinten gibt es solche Feuerlöcher wie hier und man kann auf diese Feuerlöcher schießen, wie ihr seht, habe ich das jetzt gerade getan und wenn der Boss hier hinten in Deckung geht, dann wird er eben gezwungen, außer Deckung rauszukommen durch dieses Gas und dann kann der Firecraster besser auf den Boss wirken und das Ganze sollte wirklich so zügig wie möglich gehen, das heißt, also der Scharfschütze hier, der muss wirklich treffsicher sein und wirklich guten Schaden machen, sonst bekommt er hier mit der Zeit ein Problem. Es ist aber nicht so, dass der Boss hier oben bleibt, nee, der läuft hier oben entlang, hier auf diesem Oberlauf oder Obergang oder wie nennt man das hier, keine Ahnung, auf jeden Fall, der läuft hier oben entlang und wird sich dann auch von Zeit zu Zeit hier hinten platzieren und auch hier gibt es immer mal wieder solche Feuerlöcher, die man beschießen kann, um den Boss eben entsprechend aus der Deckung heraus zu zwingen. Wie schon gesagt, ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, hier gibt es jede Menge Druck, es kommen Gegner hier aus der Richtung und die versuchen hier natürlich euch zu überrennen, es kommen Gegner von hier hinten und der Kampf kann bisweilen etwas unübersichtlich sein, deswegen ist Kommunikation an der Stelle wirklich sehr, sehr wichtig, nicht, dass euch irgendwie ein Bombenträger hier an die Bombe kommt und dann seid ihr hin und müsst das Ganze von vorne anfangen. Des Weiteren ist es so, wenn der Boss seine komplette Rüstung verloren hat, dann kommt er runter, das kann sein, dass er von hier hinten aus der Tür kommt, das kann aber auch sein, dass er aus der Richtung kommt, je nachdem und der wird dann straight hier zur Bombe hinlaufen, um sie von eigener Hand zu aktivieren und da empfiehlt es sich auf jeden Fall, einen Taktik-Link bereit zu haben, um den Boss dann möglichst schnell zur Strecke zu bringen. Ich werde euch jetzt an der Stelle wie vorher auch schon Gameplay-Material einfügen und dann könnt ihr euch das Ganze mal direkt im Geschehen anschauen. Ihr seht, ich laufe jetzt direkt hier durch das Restaurant nach hinten, so wie ich es euch eben erklärt habe und platziere als allererstes mal meine Box hier oben, dann helfe ich mit, die Gegner zu dezimieren, die anderen, die gesellen sich jetzt hier zu mir und wir beschießen gemeinsam die ersten Feinde und Libby müsste mittlerweile sein geschützt, jawohl, platziert haben, das dann eben entsprechend auch wieder für Crowd-Control sorgt. Ihr seht, zwischenzeitlich ist der Boss erschienen und wir beschießen ihn jetzt hier oben auf der Balustrade. Der zieht sich jetzt gerade wieder zurück rüber auf die andere Seite und wir versuchen nochmal ein bisschen Schaden auf ihn drauf zu bekommen, denn das Hin- und Herlaufen des Bosses hier oben kann wirklich mitunter sehr anstrengend sein. Hier hinten kommt wieder ein Bombenträger in unsere Richtung, das sieht man immer an der Raute hier. Das ist wieder so ein Heavy, der versucht gerade hier reinzukommen, an die Bombe zu kommen und wir beschießen ihn direkt und werden ihn jetzt niederzergen und damit geht es dann wieder weiter direkt auf den Boss, der sich hier oben befindet und natürlich auch auf die anderen Gegner, die sich uns jetzt eben, wie ihr sehen könnt, auch wieder nähern. Und das Ganze, das läuft entsprechend so lang, bis der Boss eben seine Rüstung verloren hat und dann eben, wie erklärt, zu uns runterkommt an die Bombe, wo wir ihn zur Strecke bringen. Ich stehe jetzt hier vor der Tür zum Bossraum, in dem der finale Kampf stattfinden wird und vorher solltet ihr hier an der Kiste auf jeden Fall nochmal Medipacks und Granaten und Munition nachfassen und wenn ihr hier durch die Tür durch seid, dann ist hier oben gleich der erste Riker und den solltet ihr in der Gruppe fokussen, denn der sollte so schnell wie möglich fallen und wenn der dann liegt, dann springt er hier über die Abdeckung und sucht hier oben Schutz. Warum tut ihr das Ganze? Das erkläre ich euch gleich. Als erstes zeige ich euch mal, wo denn der Heiler seine Box platzieren kann und zwar hier oben. Der Grund ist klar, denn auch hier kommen natürlich Heavies und die sollen nicht den Koffer zertreten. Des Weiteren ist es so, dass der Firecrest-Spieler zum Beispiel hier seinen Turm platzieren kann oder hier oben. Je nachdem. Ist auf jeden Fall eine schicke Position, denn es werden von hier oder auch von hier oder von hinter euch Gegner kommen und da können die dann schon mal von dem Turm unter Feuer genommen werden. Jetzt werde ich euch ganz kurz noch was zum allgemeinen Ablauf erklären, denn ihr seht hier auf dem Boden solche Markierungen und da sollten dann jeweils die Tanks stehen, um die Geiseln hinter ihnen zu beschützen. Ich werde euch das gleich nochmal zeigen mit dem Schild, wie das funktioniert. Ich werde das Schild jetzt mal kurz auspacken und zeige euch hier noch einen Trick. Und zwar, wenn ihr hier auf dem X steht und die Geisel beschützt, dann wird es so sein, dass hier oben ja die Gatling Gun auf die Geisel schießen möchte und ich empfehle euch genau das zu tun, was ihr eben getan habt. Packt eure Waffe aus und zielt genau auf dieses Geschütz, denn dann habt ihr die höchste Chance, dass eure Geisel nicht verwundet wird. Wenn ihr die Geisel beschützt habt, dann müsst ihr eine Bombe aktivieren und die erste Bombe, die befindet sich hier oben und zwar genau an der Position und auch hier sollte es so sein, dass man einen Schildträger hat, der den Bombenaktivierer hier hinten dran eben dann Deckung gibt und ist eine ganz wichtige Sache, denn die Gatling Gun wird auf jeden Fall versuchen, auf den Bombenaktivierer zu schießen. Als nächstes müsst ihr zwei Geiseln beschützen und welche Geiseln, das ist immer random und wenn ihr die beschützt habt, dann geht es hier weiter zur nächsten Bombe, die befindet sich hier und hier hinten in dem Raum, da seid ihr ja in Schutz. Ich wollte noch erklären, warum dieser Raum, das mache ich gleich. und also hier ist die zweite Bombe und wenn ihr die entsprechend aktiviert habt, dann kommt wieder der Boss und den müsst ihr auch wieder zur Strecke bringen. Da sage ich gleich was dazu. Warum also dieser Raum? Das hatte ich vollkommen vergessen zu erklären. Ganz einfach deshalb, weil die Gatling Gun nicht auf euch schießen kann. Die Gatling Gun befindet sich ja an der Position und ihr befindet euch hier in diesem Raum und das heißt, ihr werdet nicht von der Gatling Gun unter Feuer genommen. Des Weiteren ist es so, es gibt hier zwei Scharfschützen, einer hier vorne und einen da. Auch die können nicht auf euch schießen, sondern gucken in die Röhre, es sei denn, ihr steht hier ganz ungünstig, dann kann es sein, dass der eine Sniper hier durchschießen kann auf euch, aber ansonsten seid ihr hier schon relativ safe und bei uns ist es so, dass der Firecrest-Spieler mit seiner Sniper hier versucht, die Sniper zu kontern, sprich, der schaltet die möglichst schnell aus und der dritte Vorteil, warum ihr hier diesen Raum wählen solltet, ist, die Gegner, die kommen zu euch. Sprich, wenn ihr hier unten Position bezieht, also hier unten irgendwo euch versucht zu verschanzen, dann ist es so, dass die Gegner aus allen Richtungen auf euch draufschießen können und das ist unmöglich zu überleben. Wenn ihr allerdings hier hinten in diesem Raum seid, dann wird es eben so sein, dass die Gegner eventuell von hier kommen oder auch von hier oder von vorne, aber sie kommen eben zu euch und ihr seid hier gut geschützt, zum einen durch die Heilbox, zum anderen natürlich hier durch die Heilung und zum dritten auch durch euer Tank, denn der hat es wesentlich leichter, die Aggro von den Gegnern zu übernehmen. Noch kurz ein Wort zu dem Boss. Jedes Mal, wenn ihr eine Bombe aktiviert und das Ganze müsst ihr insgesamt dreimal machen, denn die dritte Bombe, die befindet sich hier unten, dann wird eben der Boss hier runterkommen und ihr könnt ihn zur Strecke bringen. Ich empfehle euch aber, dezimiert das Leben des Bosses bis auf die Hälfte und macht dann erst mal die Mobs weg, lasst ein, zwei normale Mobs stehen und tötet dann so schnell wie möglich den Boss, bevor es einen Respawn gibt, denn dann haben es die Bombenaktivierer, die ja erst mal hier rüber müssen, wesentlich leichter, das Ganze einigermaßen unbeschadet zu überstehen. Ihr seht, ich bin jetzt hier unten mal in Stellung gegangen und zwar bei der letzten Bombe. Da ist es so, wenn ihr die aktiviert, dann explodiert hier hinten die Kulisse und der Boss wird dann kommen und dieser Boss, der ist speziell, das werde ich aber gleich erklären. Als erstes werde ich euch noch mal kurz hier einen kleinen Trick verraten. Wir machen es immer so, dass wir zwei Schildträger haben, denn in der Schlussphase, bevor der Boss kommt, da ist es so, dass ihr insgesamt eins, zwei, drei Geiseln beschützen müsst und Mark übernimmt hier als erstes den Schutz der Geisel und Donnie steht hier mit seinem Schild und beschützt diese Geisel und wenn die Gatlin Gun hier nachlässt, dann zündet Donnie gleich den Überlebenslink, denn mit diesem Überlebenslink kann man ja etwas schneller rennen und Mark wird dann hier bis hier nach hinten rennen und wird gleich hier Position beziehen und das geht sich eigentlich ganz gut aus und dann schießt eben die Gatlin Gun, nachdem sie hier auf die Geisel geschossen hat, hier auf die dritte Geisel. Dann muss, wie gesagt, hatte ich schon angesprochen, die Bombe aktiviert werden, das Ganze explodiert hier oben und der Endkampf geht los. Sprich, es ist so bei dem Boss, dass der nur in bestimmten Momenten Schaden bezieht, das heißt, ihr müsst erst mal die Mobs außenrum dezimieren, einschließlich eines Heavys und dann bekommt der Boss wieder Schaden am Anfang, könnt ihr gleich Schaden am Boss machen, dann lässt das Ganze nach, sprich, der bekommt eine Art Schild, bezieht dann nur noch sehr, sehr, sehr wenig Schaden und ihr dezimiert dann hier die Gegner im Umfeld, auch den Heavy und dann bezieht der Boss wieder Schaden. Der Kampf, der sollte auch hier oben stattfinden, sprich, wenn die Bombenaktivierer hier aktiviert haben, dann sollten sie zu euch kommen, denn hier sind sie doch relativ safe und der Boss, der kommt sowieso zu euch. Gut, ich werde euch jetzt auch an der Stelle wieder Gameplay-Material einspielen, damit ihr euch das Ganze im Kampfgeschehen anschauen könnt. Wie eingangs erklärt, werden wir jetzt hier oben in dem kleinen Raum Stellung beziehen. Ich platziere meine Heilbox hier oben hin und alle anderen, die beziehen auch ihre Positionen, hier Libby vor mir. Man sieht hier auch schon schön die Gatling-Gun feuern und hier kommen dann auch die ersten Gegner und das Ganze läuft hier eben entsprechend ab, bis es dann soweit ist und die erste Geisel beschützt werden muss. Jetzt ist es soweit, die erste Geisel muss beschützt werden. Ich werde hier mal Position beziehen und mache jetzt gleich was, was ich normalerweise nicht mache. Ich verlasse meine Position, um hier euch das für diesen Guide ein bisschen besser zu zeigen, wie hier Marc jetzt die Geisel beschützt ist, sprich die Gatling-Gun hat jetzt auf ihn gefeuert. Ich gehe jetzt zurück zu meinen Leuten, damit die mir auch am Ende hier nicht abnippeln und hier vorne, wo das Ausrufezeichen ist, da müssen jetzt gleich die Bombenaktivierer hin. Ich werde euch das Prozedere aber gleich nochmal an einer anderen Bombe zeigen. Um euch das Ganze etwas besser zu zeigen, werde ich jetzt gleich hier vorne einen Heel hinpacken und dann mit nach vorne laufen und hier ist es so, dass Marc mit seinem Schild Donnie beschützt, während der wiederum die Bombe aktiviert und jetzt geht es in die zweite Phase des Bosskampfs und in der dritten Phase sehen wir uns gleich wieder. Wir haben zwischenzeitlich die letzte Bombe aktiviert und der Boss befindet sich genau hier unten am Absatz der Treppe und wir beschießen den. Im Moment bekommt er ganz gut Schaden, doch das wird sich gleich ändern, wenn die nächsten Mobs spawnen und da seht ihr, bekommt der Boss entsprechend sein Schild und wir müssen jetzt an der Stelle die Mobs dezimieren, bis der Boss wieder Schaden bekommt. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir wieder auf den Boss Schaden wirken und am Ende ihn eben auch zur Strecke bringen. Jetzt hoffe ich mal, dass euch der Guide gefallen hat und vor allem, dass er euch auch was bringt, damit ihr in Lost Signal in Zukunft besser durchkommt. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen hinterlassen, da freue ich mich natürlich drüber. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir rein in die Kommentare und ansonsten würde ich mich natürlich auch über euren Support freuen und am Ende gibt es natürlich wie immer zwei Videos zu The Division, die euch noch ein bisschen besser informieren sollen und dann bis demnächst, euer Latan. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020